Hallo liebe Freunde, heute geht es mit unserer Museumstour in die Landeshauptstadt in Düsseldorf und nehmen euch mit in den Aquazoo und das Lübeck Museum hier im Nordpark. Sicher fragen sich jetzt ein paar, was hat ein Aquazoo mit einem Museum zu tun? Ganz einfach, das Besondere daran ist, es zeigt das gestern und heute der Tierwelt und wurde 1987 eröffnet. Aber die Geschichte reicht noch viel weiter zurück. Bleibt dran, wenn ihr mehr wissen wollt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir reisen ins Jahr 1901. Nach dem Tod des deutschen Apotheker Theodor Lübeck. Sein vollständiger Name war Karl Heinrich Wilhelm Theodor Lübeck. Geboren wurde er übrigens am 4. März 1821 nach Ruppertal. Seine einzigartige private Sammlung gab den Stein des Anstoßes für das heutige Museum. Damit seine Sammlung nicht dem Bach unterging, vermachte er quasi alles der Stadt. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Wir sind ein paar Mal. Abonnieren. Im nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. drei jahre später 1904 setzte sie es in der tat erst mal unter dem namen museum in ein rhein naturkundemuseum in der düsseldorfer altstadt der zoologische teil geht noch weiter auf das jahr 1876 durch die gründung des tierschutzvereins fauna und prägte später den lebendigen teil des lübeck museum im jahre 1930 bis heute und Kurzum, nach der Schule machte er eine Lehre als Apotheker, dann zum Militär als Freiwilliger, wo er aber nicht angenommen wurde, wegen seiner angeborenen Blindheit auf dem linken Auge. Was folgte, war der nächste Schritt zur Universität in Berlin, wo er das Pharmaziestudium ablehnte. Die er 1844 als Apothekerabschluss. Nach weiteren Jahren als Gehilfe übernahm er die Einhornapotheke in Duisburg. Danke, Gott. Aber bis es sich so weit darstellt, wie es heute ist, war es ein langer und steiniger Weg. 1944, während des Zweiten Weltkrieges, wurde der Zug wie auch das Museumsgebäude fast dem Erdboden gleich gemacht. Bevor es aber so richtig losgeht mit der Bombardierung, hatte man vorher die meisten Ausstellungsstücke in sich angebracht. Nach dem Krieg 1947 konnte das Lübecke Museum in einem Hochbunker hier in Düsseldorf wieder eröffnen. Im Jahr darauf wurde an selber Stelle auch das Aquarium fertiggestellt. Eigentlich als Übergangslösung gedacht, hielt dieser Zustand bis 1987 an. Ich kann mich noch erinnern, ich selber war noch in diesem Hochbunker gewesen. Jetzt überlegt mal, 1987, 2022, alter bin ich alt geworden. Naja, spannend rüber. inscre伍 und Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Doch dann war es soweit. Der Neubau hier im Nordpark wurde fertiggestellt. Und man konnte endlich wieder einziehen. In den Aquazoo und Lübecker. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Eins noch zum Abschluss. Wenn euch unsere Filme gefallen, Erlebnistour Ralf und Patti, dann nicht vergessen. Teilen, liken, kommentieren und unten rechts abonnieren. Bis dahin viel Spaß noch.